Jetzt tarn ich nur mal schnell diese Stützpunkte hier oben. Einmal hier so. Sehr schön. Und schon findet uns der Gegner nicht mehr. So, Landeplattform hier unten hin oder oben hin? Oder links oder rechts oder eck? Wehe ist es nicht. Ich hab keine Ordnung. Hier unten ist schon ziemlich eng. Komm, wir packen die hier oben hin. Die Frage ist nur wo. Sodass der Gegner es halt nicht sieht. Kann ich die hier reinsetzen? Nee, ne? Ungehaltener Bauplatz. Ja, das hab ich auch begriffen. Dann eben. So, jetzt hätte ich ganz gerne von euch. Ja, Silos benötigt. Ja, Junge, dann bau doch Einheiten. Hier, da fünf Stück. Da vielleicht hier welche. Aber das wird lustig. Wieso kann ich hier eigentlich keine Flammeneinheiten bauen? Das gibt mir schon so ein paar Rätsel auf. Und Venomgleiter. Ja, gut, bauen wir mal ein paar Venomgleiter. Das kann auch nicht schaden. Alter, wieso darf der Flammensoldaten und... Läuterer. Läuterer, das sind Avatars mit Flammenwerfer. Das ist, ja, das ist grundsätzlich nicht sehr gut. Hallo, Team Wolf. Hier rückt mal da hoch, äh, davor aus, äh, Team Zero. Wir haben ja hier soweit alles im Griff. Wir können uns jetzt eigentlich auf die Truppenproduktion konzentrieren, ne? Und weißt du, was hier auch sinnvoll wäre, was mir gerade so kommt? Ein zweiter Sammler. Beziehungsweise eins, zwei, drei, vierter Sammler, weil guck mal, die kommen bei dem Tiberium nicht wirklich hinterher. Also, wir haben hier jede Menge Nachschub. Ähm. Venomgleiter bereit zum Abheben. Kalibrierung abgeschlossen. Hallo? Venomgleiter. Die sollten jetzt eigentlich auch über die Laserwaffen verfügen. Dank dem Laserkondensator-Upgrade. Oder hieß das so? Ich weiß es gar nicht. Laserkondensatoren, genau. Ist für Raider Bugge, Skorpionpanzer, Venoms und Lasergeschütze mit Spitfire-Lasern. Oh, schön. Sammler nennt hier Tiberium-Infusion von den Kampftruppen und Sprengmeister mit Tiberium-Infusion erhöht das Bewegungstempo und die Zahl der Trefferpunkte. Oh. Finde ich gut. Nehme ich mit. Ich nehme alles an Forschung mit, was ich kriegen kann. Okay, Team 1. Nicht feuern. Oh, wartet, wartet, bis die vorbei sind. Wir müssen uns hier nicht entdecken lassen. Okay. Ach, die sind schon am untersten Bildschirmrand. Zerstör den Scanner, bevor er sendet. Shit. Nähere mich Ziel. GDI-Verstärkung wie er sich von... Alter, was? Wie wenig Zeit hat man denn da bitte, um diese Dinger zu zerstören? Das ist ja lächerlich. Mal gucken mal, wie viel die aushalten. Das waren jetzt vielleicht 5 Sekunden, ja. Bleib dran. Oh, 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 oh. Okay, der Gegner weiß, dass wir da sind. Er kommt mit Flugabwehreinheiten. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Okay, Feuer, 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 Feuer. Holst sie euch. Ha, 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 ha. Okay, Team 1, Ausrückung. Ja, 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 ich bin schon dabei. Ach, Mist, ich kann da gar nichts hinbauen, ne. Das ist ja dämlich. Was heißt, hier noch ein Scanner zerstört ihn? Was? Wo ist denn der andere Scanner? Aber die attackieren sich gegenseitig. Das finde ich eigentlich ganz gut. Übertrag... Alter! Willst du mich wohl verarschen? 5 Sekunden? Also, 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 weißt du, 5 Sekunden? Genau, fahrt mal alle da hin. Oh, den Kampfbot da eliminieren, Leute. Oh, was haben wir denn da? Warte mal kurz. Äh, Bekennerkabal. Obwohl Nordbekenner sind häufig den Schlachtfall anzutreffen waren worden. Ach so, das sind wieder Infos über neue Einheiten. Das sparen wir uns, haben wir gesagt. Also, dass die sich gegenseitig jetzt gerade nicht grillen, das finde ich lustig. Wobei, ich glaube, die können gar keine Lufteinheiten angreifen, die Hämmer jetzt, ne? Die können gar keine Lufteinheiten angreifen. Ja, das ist doof. Was ist jetzt mit dir, Alter? Schmeiß doch mal den Ingenieur raus. Stell ihn nicht so dumm an. Ich glaube an dich. Und ich glaube, dass die Titanen da gleich kommen. Alter, was? Weißt du was? Wir lassen den jetzt einfach senden. Dann sollen sich die GDI-Truppen doch mit der feindlichen Bruderschaft rumschlagen. Ja. GDI-Verstärkung nähert sich von Norden. Ja! GDI-Verstärkung. Optik wurde aktiviert. Das finde ich sehr, sehr schön, wenn die sich jetzt gegenseitig hier verprügeln. Panzer einsatzbereit. Ähm, was macht denn der Sammler da? Tiberium ist Macht. Ähm, Gindach. Ich würde fast schätzen und mutmaßen, dass die Flugabwehr hier dezent, blöd gesetzt ist. Pass auf, ich verkaufe die mal. Scheint ja wirklich nichts zu bringen, wenn die Sammler sich hier aufhängen gegenseitig. Dann platzieren wir die eben hier. Das geht schon. Das geht. Das geht. Ich sag doch, das geht. Man macht doch nicht so einen Stress hier. Hier nochmal. Was? Wer wird da angegriffen, Leute? Feuer frei. Grill sie. Okay, weißt du was? Die Gegner wissen eh schon, dass wir da sind. Alter, guck dir das an. Ich hab nicht mal Zeit, dem Befehl zu geben, das endet das Ding schon. Das ist ja wirklich... Alter, Falter, das ist total übel. Okay. Ich hätte ganz gerne nochmal hier was und da was. Und da hätte ich ganz gerne Sprengmeister. Finde ich immer wieder gut. Sprengmeister sind toll. Die shitty Eiferstärkung. Feuer. Wir können aber die... Können wir die zurückerobern? Ich weiß es gar nicht. Nee, können wir nicht. Die sind zerstört. Die gehen sofort kaputt, die Teile. Wobei, ich glaube, ich schieße auch zu viel. Jungs, geht ruhig in die Offensive. Jetzt ist hier... Warte mal. Ich brauche mal die Venengleiter. Als Team 1. Wen oder was ballern die denn? Ich hab keine Ahnung. Also, die machen auf jeden Fall eine Menge Damage. So. Okay, euch schicke ich mal dahin. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben hier mit den ganzen Einheiten, aber ganz ehrlich. Lieber so, als wenn wir unterlegen. Hä, was? Oh, sind die schon wieder feindliche Einheiten in Sicht? Da ist doch nix, Junge. Ähm. Was machen die da? Was machen die da? Ich hab keine Ahnung. Weißt du, was ich jetzt noch machen will? Ja, wobei jetzt. Aber... Ja, doch, komm. Ähm. Wir holen uns jetzt das Tiberiumfeld auch noch. Oder? Ich hab mal abgeschlossen. Wir haben ja da schon sowas. So, da haben wir auf jeden Fall jede Menge Verstärkungen, die wir schicken können, wenn's sein muss. Ja, wir bringen euch hin. Egal, wo ihr hinwollt. Überlasst es uns. So, Venems. Vorrücken und das Zielgebiet sichern. Was rauchten da schon wieder? Abgeschlossen. Das hier ist immer irgendwas am qualmen. Strahlenkanone einsatzbereit. Und da haben sie wieder diese komischen Reconer, die sich eingegraben haben. Boah, die sind ekelhaft. Scanner in der Nähe. Hm. System aktiv. Irgend so eine Artillerieeinheit wäre jetzt natürlich auch schick, aber ja, Ziel ist benötigt. Ich bin ja schon dabei. Pass auf, wir brauchen ja noch mehr von den Burschen. Und dann hätte ich ganz gerne noch hier... Strahlenkanonen und bei denen können wir dann Stealthpanzer bauen. Äh, Team Zero? Ach, ich hab den gar nicht als Team Zero ausgewählt. Okay. Kein Problem. So was kann ja mal passieren. Nein, bist du nicht. Momentan bin ich Keynes Botschafter. Auf eine sehr... ...waffenfreundliche Art und Weise. So. So.